Im Kreichgau als Steinhauer-Dorf bekannt, gibt es in Epping-Mühlbach seit 2010 einen Sandstein-Lehrpfad. Zusammen mit der jährlich wechselnden Skulpturausstellung auf dem Rathausplatz gibt es hier zahlreiche Skulpturen und andere Kunstwerke zu bestaunen. Der Sandsteinpfad soll in seiner Endausführung einmal vom alten Rathaus bis hoch in die Steinbrüche führen. Stand heute erstreckt er sich über einen ca. einen Kilometer langen Weg, der von zahlreichen Säulen, Balustraten, Skulpturen und Taststellen gesäumt wird. Im ersten Teil wirkt man sich einige Stationen dem Abbau und der Bearbeitung des Schilfstandsteins. Im zweiten Abschnitt, der im November 2017 entstand, wurde der Weg entlang Kleingärten mit Sitzgelegenheiten, Wegbeleuchtung und natürlich einigen kunstvollen Skulpturen ausgestattet. Im Steinhauer Museum wird die Geschichte des Mühlbacher Schilfsandsteins und wie er das Dorf geprägt hat, veranschaulicht. Denn auch heute noch wird hier der Sandstein abgebaut und verarbeitet. Für alle Kunstliebhaber lohnt es sich definitiv über den Mühlbacher Sandsteinpfad zu schlendern.